Die Applausung für die Serie mit der Zeitkampf der letzten Vorrunde für Österreich, alles andere rein. Die Serie mit der internationalen Spielgruppen gerichtet nach Wertpunkt der Notzeit und behören eine 1,45 Meter mit einem Schlechtkundensicht. Der European Youngster Kampfer gewinnt, ohne viele Schlechtkundige, 38,12 Sekunden. Jumbo geritten von Alexander Reich, Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf es nun bitten, sich zu Hilfe von Ihren Plätzen an. Wir ehren die Siegerin, bitte um unsere Heimat, Ladies and Gentlemen, wir stand für das Restaurant von Ostjörn. Zweitens. Zweitens. Die Sieglerkürze zunächst vorne mit der Präsident der internationalen Jury dieser Prüfung, Herr Hans Leitbjerg aus Österreich. Beides noch einmal bei den Sieglerkürbünen-Vereinstalter Frau Petra Björn. European Youngsterkampf der Zweite in Rheinburg, Platzgeheim und Maximilian Schwingt Deutschlands. Beides auf den dritten Endrang von Peru von allen Saatwürdigsten aus der Schweiz. Der vierte Endrang von Cisemeter von Nicola Petra. Beides auf den dritten Endrang von Mauritius und Maximilian Schwingt Deutschlands. Beides auf den dritten Endrang von Nikola Petra. Beides auf den dritten Endrang von Kürzer-Geräusern. Beides auf den dritten Endrang von zur Verkaufnahme. Untertitelung des ZDF, 2020